an Willkommen Freunde zu einer neuen Folge zu Rainbow Six Siege Endlich mal wieder gegen ein Full Team Denn in der letzten Folge hatten wir ja nur noch 3 Gegner am Ende Ey, wir müssen die Patrick-Anmoderation kaputt machen, das wisst ihr doch Ey, Tobi spielt doch die ganze Zeit mit Patrick Der Patrick, der redet immer so wie ein Roboter als auch abliest Dann bin ich jetzt wieder voll motiviert Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen Nein, die ist falsch Tobi, du machst die immer anders Metal Leute, du musst das so machen Na klar liebe Freunde Oder, 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 oder ihr könnt das auch so machen So Aaaaaaaa Neue Map, neue Map, nea Jaa, Jetzt geht's los, ja Aber wir können auch einfach die Ambulation machen So Aaaaaaaaaa Ja Freunde, wir sind grad aufgestanden Und hier ist grad so ne Alarmanlage Kevin ist auch durch heute, oder? Wir sind wieder gegen Full Squaw Aber der Curry, der Curry hat ja in den letzten 18 Tagen richtig Männerbesuch gehabt, weiß ja keiner. Doch, das weiß jeder. Und dann hat der Curry erstmal die Pumpe leergepumpt, Allah, so drauf wie der ist, ne. Der ist richtig entspannt, weiß das. In der Eimer oder was? Der Bronzer wünsche, werdet in seinem Mund geblieben. Kevin? Äh, Opa? Jetzt hab ich den Rekrut genommen. Das war die Vorstellung, ne. Ist das grad dein fucking Ernst gewesen, Curry, dass du das gesagt hast? Das ist ekligste, was ich gesagt habe. Du möchtest Extrimente vom Bronzer haben? Noch viel ekliger fand ich das Hallo und das von Dennis. Was? Was war's? Was war's, Tobi? Nix. Sag doch mal, Tobi. Äh, kann ich nicht machen. Was sag doch, Tobi? Was sind denn Extrimente, Alter? Das ist ja, Alter. Was ist irgendwas Dreifaches? Irgendwas mit Erbschaft, glaub ich. Was für Dreifache? Was mit Erbschaft? Wegen Tri, weißt du? Äh? Ach so. Boah, richtig clever, ey. Boah, der Bronzer, ne? Was ist Wachbuch, äh? 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 Habe ich mit der Gabel und mit nem schönen Mario drauf, ne? Mein new PC-Man, seriously. Ist klar, genau. Ok, so leckle. Hä? I'm from Germany. Man hört die ganze an du. Oh, äh, 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 äh. By the new internet. It's not our problem. Good luck and halt Fresse. Boah, die müssen wir töten. Boah, ich weiß nicht. Was ist denn mit ihm los? Bester Mann. Bester Mann, Alter, weißt du? Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann, Alter, weißt du? Bester Mann. Äh, äh, ähm, so ne, so ne... Hä? Warum gehen die denn alle immer raus? Was ist denn los mit den Leuten? Angst. Angst. Das ist mein Team, ey. Trauer gibt mir halt. Originaler Bernd Brunsbier, oder? Bernd Brüninghaus, ey. Well done, Patrick. Hey, alla. Hey, alla Brüning. Well done, Paisin. Patrick, warst du schon mal im Nahen Osten? Hä, du? So, ich dachte, Antonia Rados ist deine Mutter. Das Film. Was? Antonia Rados? Wie ist das denn? Was denn? Eine Außenreporterin. Ich verstehe nicht. Ey, ich hab ein Schild, man. Tobi. Tobi, das ist ein Schild, Alter. Geil. Komm. Ich bin Rekrut. Tobi. Heiner Bremer ist der Vater. Hä? Wann kann der Puget-Team-Puder sein? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Habe jemand? Habe jemand? Habe jemand? Habe jemand? Habe jemand? Habe jemand? Hier. Hier ist Strom. Oh mein Gott. Die Menschen hier sind. Erschüttert. Infused. Tobi? Was ist los? Was ist denn der? War nur eben hier. Juhu, wie schön sein. Habe jemand rein, Curry. Ja, fahr mal rein. Ey, ich hab jetzt vom Lach ins Sixpack gekriegt. Geradeaus durch ist einer, wenn man durch die Tür kommt. Geradeaus durch links. Das kann durchaus sein. Oh mein Heiner, prima, Alter. Kannst du, ähm, nicht das, diesen Störsender kaputt machen? Ich? Fahr mal da rein, Bronze. Wenn, ne, wenn. Ich hör keinen, deswegen. Ne, bin dir. Nein, da. Achso, doch. Ja, ja, warte, warte. Ich könnte Fuse machen, deswegen, aber hier sehr Strom. Macht das Sinn, hier Fuse zu machen? Ja, ne? Warte, lass mal hier. Oh, von rechts, rechts, Alter. Och, nein. Och, schlecht. Fuck. Hehehe. Hey. Alle drei, ey. Alter, ihr müsst doch mal up-safen, Alter, wenn einer drin ist. Mal Fuyo und Tobi jetzt, ey. Wie schlecht, Alter. Alle drei. Ey, wir brauchen doch mal denn ein bisschen erwarten zu müssen. Wir konnten ja gar nicht wissen, dass da einer drin ist. Ne, der, ja, aber einer, wenn man zu dritt ist, muss einer ja immer mal hinten safen. Genau. Hä, wenn du musst... ...safen. Tobi, Alter, geh ein bisschen... ...zurück. Na ja, warte, hier ist da einer. Boah. Meinst du den? Feindliche Aktivitäten. Ah, ich bin am holen, Junge. Oh, oh. Oh, Tobi, nice, der liegt. Jetzt geht rein, Lein. Oh, der kommt bei mir, glaub ich. Hast du ihn? Ne, 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 ich bin tot. Glaub ich tot. Yeeeahhh. Danke, Spraeiter, Alter. Und da hast du mit vor erheulten Augen. Sprae-pattern, Alter. Guck mal hier. Sprae-pattern. Sprae-pattern. Einer, Bremen ist der Vater von Patrick, Alter. Ich schau dich drauf. Erklärt den Iggy, Alter, ganz ehrlich. Heute die Tagesdämen. Was ist los mit euch heute? Ey Heine Bremer macht doch nicht die Tagesdämen. Bisschen Pan oder? Oh Patrick. Kennste dann wo der die 8 Kameras angeguckt hat? Schön. Das ist echt toll, dass der Tobi genau mein Humor teilt. Das ist schön. Die anderen sind hier so. Ja ey. Der Patrick redet immer so. Heute Rainbow Six Siege. Ich kann mir Patrick richtig so bei TL aktuell vorstellen. Wie am blauen Tisch stehen mit dem Anzug. Das ist ein Kompliment. Seriös Patrick. Ja, Alter. Mach den neuen Dackel da. Der hat mit aus den 12 Uhr dabei. Hast du das gehört? Da hat der denn da ausgedünscht. Bro, das hat der denn ausgedünscht. Wie viele Wände sind denn hier Leute? Die Todeszelle, Mann. Oh, locker bleiben. Immer locker bleiben. Wo mach ich Kasel hin, ne? Kasel? Geh mal in Kasel rein. Geh mal in Kasel rein. Gottchen, das ist immer schön bei Rainbow. Da lacht man sie an ab, ne? Da dacht man sich ins Fäustchen. Ruhig mal recht geben jetzt, ne? Hör mal. Ah, ah! Hier fliegt doch die Drohne rum, Alter. Will noch jemand in den Ziel rauben? Ich mach dein Loch an. Ich mach jetzt Kasel hier, Mann. Mann! Hey Patrick, nehm mal den Pat in ne Hand und schwieg mal. Bleibt mal ruhig. Mit dir nicht susperein, du hast gerade passen Wie kommt der da drauf? Weiß ich, ja... ...patrickrados a hearing a Shild ...Lollifuß Der Lollifuß, ne? Jurell hat bestimmt auf der NASA Blöte die Targetthemmusik gespielt, ne? Der Curry pfeift später an seine Kinder mit der Nase zusammen, kennst du das? Nee Ralf Ralf, komm bei Fuß Oh, warte mal Ich höre ein Schild, ey Es ist hier, genau Alles alle Wo ist das Schild? Kommt das die Treppe runter? Nee, das ist hier oben, die Treppe oben ist es Du kannst ihn von hinten holen, warte, ich laufe gleichzeitig mit Komm her, Mann Komm hoch, komm hoch Ja, geil, Alter Nice, Tobi, ey, du Kleine Easy Hast du ihn, hast du ihn? Boah, Alter, der hat mich voll geblendet gerade, aber gut, dass ihr halt gekommen seid Super Okay, wo sind die anderen beiden? Geben wir mich auf die Suppe Patrick, oder? Hast du ihn, Patrick? Ja, ne, ne, hab ich nicht Hab ich nicht Hä? Also, ich hab ihn gesehen, aber Tobi, da war die Rache für Hab ihn, hab ihn Nee, das ist dein Ernst Oh, da ist noch einer, Patrick, da ist noch einer Wo? Da hab ich gestorben, bin die Treppe runter, geradeaus durch rechts Holt euch hier nicht, der ist auf mich fokussiert Hä? Äh, Tobi Ich hab versucht, den Tobi wegzuschwingen, weil er mich in der letzte Folge ja auch gekillt hat Hä? Ich hab dich gar nicht gekillt, du lagst auf dem Boden Hä? Du hast mich in der letzten Folge gekillt, du Arsch Nein, du lagst auf dem Boden Wo ich dich versuchte... Wo mein Granat anpackt war Das hat für ne Knifte, Alter Na klar, du lagst auf dem Boden Für ne Knifte, Alter Komm, die Knifte Geht auf meinen Kanal, guckt rein da in die Kiste Die Knifte Hä? Hallo Ich hör euch grad vor, wie du tut Jetzt sagt man sich so ganz langsam nach hinten lehnt Ich hab Bock auf Sniper, ey, wieso nicht, ey? Äh, ich hab Bock auf Sniper Ich hab Bock auf Sniper Hä? Hä? Ja, Leute, ich möchte übrigens darauf hinweisen, abonniert alle meinen Instagram-Kanal, findet ihr das Video Ist das dein Ernst, Dennis? Ja, wieso? Was? Dein Ernst? Gibt's doch voll die schönen Bilder von Coldplay-Konzert zu sehen Und von meinem Leben Boah, dieses Wort nicht Kannst du nicht mehr hören Ey, was will er denn jetzt, Alter? Oh, jetzt hast du dich jetzt ausgeschossen Jetzt geht's aus Ah, nee, das ist da hinten Oh, rum Komm, wer sollt den Coldplay nicht mehr hören? Keiner sagt was Garf ist das Sehr schön, Koi Du bist ein Nate, Alter Ich glaub, er wollte sagen, er kann Coldplay nicht mehr hören, weil sein CD-Spieler kaputt ist Das kann sein, ja Das kann sein, ja Kann ihn doch ruhig mal Eine gewisse Person im Party einen neuen holen Das war Heiner prima Was? Radi, Alter, ist er gefordert Haltet er eigentlich von der Map so Nice Ich find die nice Ich find die gut Ich find die auch ganz cool, ey Ihr müsst mal ins Radezimmer hier fahren, das ist voll lustig Curry, du als Experten Ja Weißt du schon, was als nächstes dir jetzt kommt? Der hier Ding zu Ah, ja, geil Freue ich mich auch Brasilien, echt? GsG Köln, Alter Ja, Brasilien Ja, Brasilien Spielen wir dann in Rio An der Copacabana, Alter Wo? Spielen wir da auf so'n Volleyballfeld, weißt du Wo? Wo spielen wir Curry? Copacabana, ist schon richtig Wo? Fick dich Gerne Nur den Tobi mach ich Patrik, jetzt mach mal genau, mach mal so Nur den Tobi mach ich Glaub hinter dir Komm Patrik, mach Hol ihr euch Hol den Automaten Guck mal, der ist voll geschützt Ist von allen Seiten Der ist voll drin, der sterbe ich bei uns Radialer Patrik, ich brauch ne neue Berichterstattung, deswegen gibt er alles Hey, Z-News live im Nahen Osten Ja Wer besser zahlt, oder was? Ja klar Oh fuck Nur bei Curry Wo? Da wo ich gestorben bin Vielleicht Hier ist ein Gegner Oh links Curry, hinter dir Patrick Ach man Das kann doch nicht sein Dein Olli Fibus Familiar Diese scheiß Drecks Handys, ne? Ne Wo war der denn? Ach Ah Im großen Raum, keine Ahnung Ich kenn mich überhaupt gar nicht aus Im großen Raum Ah da mit den Türen und so, weißt Mit dem Dreck Oh Tobi Ich hab dir genau Ich hab dir genau in die Nüsse geschossen Da kommt einer rechts Tobi Rechts, 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 rechts Da steht er da Da war was No, die man hat's geschossen Er kommt hier hinterher Hol den hier, hol den hier Hol den Tobi Oh mein Gott Geht's Dein Vater Weitere Rein, Bruder Alter Alter wie lobe man hat's denn da Ähm Hä Rechts, rechts, rechts Tobi Rechts, rechts Tobi Ruhig Also ich glaube, bist du Kein, kein Lüchschen Tobi 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 Was wird euch los, Alter Spreng die Luke da hoch Ja, genau Oh oh Jetzt mach mal Anaconda Tobi Komm einmal bitte Äh Anaconda schlägt zu Kommt hoch Oh nein Voll nein Das ist ein Dreck gewesen Was machen wir Oh nice Feind draußen Äh, wo Tobi Was frengt sich da draußen Mach Ablehnungsmanöver Jetzt geh woanders hin Ab links Geht's hier raus, Alter Voll abgelenkt, Alter Oh nice Voll abgelenkt Tobi, Anaconda schlägt zu Tobi, wenn ihr alle vier ausschaltet Du kriegst eine Zigarettenschachtel von mir Du warst nur 1000 Euro Welchen da mit, Alter Ich rauch keine gekauft Ich bin nicht mehr ein Ticket nach draußen Ich auch keine gekauft Er dreht sich nur selber, die Jollies, Alter Wo hast du das gelernt, Tobi? Gitsch Hör dich feuchten an Tobi, mach das jetzt, ey Tobi, hab ich das gelernt Ja Tobi Tobi, rechts, links rein auch Nimm das, was du kriegen kannst Tobi, Messer die alle Ich hab noch 9 HP Wow Was? Voll Sneaky da durch Der kann sogar rausgelaufen Guck mal Der war voll auf die Ecke konzentriert, ne Guck mal Der hat bestimmt gerade seine Truckos gefressen Er hat nur mit einer Die dicke Maus Das ist echt cool, ne Die Schrift, ey, Leute Mit einem Chalabababam Chalababam Ah, Halalai Wo wollen wir denn hin, Freunde? Ey, willst du mir mal zwischen die Beine greifen, ey? Lass mal die Büros angucken, ne Geh mal aus Waffenlager Du, Alter Es ist so random, so, alles Es ist einfach so random Macht so Leute an Ich kann natürlich die Beine greifen Tobi ist bei Tobi ist auch bei Tinder, Alter, ganz ehrlich Echt? Wohl, nicht bei Titer, was? Ja, was hat das? Ein Pimmelbild, Alter. Ein Pimmelbild, Alter. Von Tobi. Tobi war auf seinem Büro-Stuhl sitzt. Seine Beine gespreit ist. Von Tobi. Von Tobi war Tobi. Das ist so ein Bild von seiner Brustwarzei, Alter. Und danach unter Wien steht... Ey, warte, nein, das Bild mit seinem WWE-Göln. Daneben steht W30, ruf mich an, weißt du? Äh? Warum denn W30, Alter? Was ist denn W30, Alter? Was ist denn W30, Alter? Was ist denn W30, Alter? Ich bin schon wieder tot, ne? Was ist denn W30, Bronze? Nein, W30. Wie du bei Knuddels, da war... Bei Knuddels? Bei Knuddels? Du schämst du mich grad eigentlich nicht? Wie geht's los, Alter? Schämst du mich grad nicht? Ich spiele bestimmt noch Habbo, Alter. Ich spiele immer noch Habbo, Alter, Mann. Ist das ein Ding, Curry? Nein, man... Du warst denn das auch? Bei Habbo-Hotel haben die, äh... Dings willst du mehr Persönlichkeit als Curry, Alter? Boah, der war Dieb, oder? Der war richtig Dieb, ey. Ich bin auch so riesiges Flash, ey. Dacheldraht eingesetzt. Hey, was schießt auf mich? Ey, wie macht mich denn auf das Ding hier drauf gekommen? Dobi, komm mal kurz, sag ich mal was. Bleib mal stehen, Dobi, bleib... Nein, bleib mal stehen, Dobi. Guck mal, Dobi, guck mal. Das zieht ab, wenn ich ein Handy auf dich schmal... Los mit dem Handy, Mann. In dem Krieg, den ist wert. Können wir hier? Man kann hier gar nicht mehr hoch, das ist voll gecheatet. Und die Exploits auslösen. Ey, ich hab meine Weste nicht, Mann. Ey, bist du bescheuert, Alter? Werf nochmal, komm. Okay, war nix, ey. Ey, Patrick, hast du von mir dann rausgeholt, ey. Patrick, nimm das Ding nochmal in die Hand, bitte. Und crouch da. Direkt bei mir, direkt bei mir, Sir. Oh, der Patrick, der jetzt... Ey, der steht bei mir. Ey, was? Geh mal runter, Patrick. Was ist denn los? Ey, was denn? Ja, crouch mal. Ja, komm. Komm, komm. Wie scheiße das aus, die, ne? Ich weiß jetzt nicht. Durch euch. Hinter uns. Der hat die Ente in den Arsch geschossen, Alter. Wo ist denn alle? Alter, Tobi, Alter. Hol die dir! Wo? Ja, geil! Boah! Bist du bescheuert, Alter, du Ding! Hör auf, wo schießt du mich denn ab, Alter? Dennis ist komplett irgendwie Banane, Alter. Du hast echt total kaputt im Kopf. Du, du hast auf mich geschossen, bist du doch. Was, die Tobi haben geknallt, Mann? Nein! Oh, da war Reflex. Ey, wenn Dennis das jetzt... Wenn das... Dennis gewinnt, ne? Dennis, Mann, hol ihn doch jetzt, Alter. Ja! Dennis, Mann, du bist ein Low, Alter. Alter, was ist das für ein Lachen, ey? Ich klausiere das! Was machst du denn da, Patrick? Ja, kannst du es nicht lesen. Wixig, wixig, wixig. Ja, ist doch... Ich war fuig, Alter. Ich war fuig, Alter. Ich war fuig, Alter. Ich war fuig. Ich war fuig. Ich war fuig. Ich war fuig. Was war das denn jetzt? Das war echt ne miese Runde. Oh Gott. So schlecht war die gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Tobi und Dennis waren die ganze Zeit ganz mit anderen Sachen beschäftigt. Ey, ich wurde getötet von meinem eigenen Teammate, Patrick. Was war Zistenrunde, Alter? Was war Zistenrunde, Alter? Hä? Der ist am wegknüppeln. Ey, der Kobi ist der volle Smoker, Alter. Der ist richtig fettig. Ey, ich bin richtig kaputt, ne? Oh. 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 Also, das kann man zu kommen. Ey. Zurück, Alter. Wir haben einen guten Gegner, alle, am Team. Wir respektieren den Mann. Läuft los. Hä? Hä? Ey, was? Was läuft bei dir? Was läuft bei dir? Was? Hast du einen Schlaganfall gerade, oder was ist die Husten? Wollt ihr eigentlich tun? Ey, vor allem, wenn ich lache, ne? Dann bewege ich meine Maus mit, ey. Ja, ich auch. Erich? Hä? Hä? Wie soll das aussehen, wenn eine Drohne um die Treppe hochruppelt? Okay, ich weiß, ihr wollt alle, dass wir jetzt Serious spielen, Mann. Ja, okay, go. Okay, wir spielen jetzt voll Serious, Mann. Serious? Serious, ja. Kennst du den? Ne. Den Frank, oder was? Der ist Chef-Entwickler bei Skinder-Selven. Hey, Jungs. Slipper, pass auf, denn das passt auf. Lass jetzt mal voll... Ja, lass mal jetzt voll ernsthaft machen. So richtig schießen machen. Lass mal wie so eine Panzerwalze jetzt da reingehen, okay? Ja, okay, komm. Ach, das ist mit mir schon wieder, Mann. Panzerwalze geht vor... Panzerwalze geht vor... Ist da was? Ne. Hier ist einfach die Wand, ne? Ich glaube Major hat den Radio-Inmoderator hier. Hey Dennis, ich fahr mit Drohne rein. Mach das mal, Bernd. Mach das mal, Bernd. Pass auf, da ist einer. Hol ihn dir. Ja, danke, Bernd. Hast du richtig Zeitpunkt nahe gesagt? Bronzerbeben. Ey, ich hab dir ja... Aber war mein... Ben, es war meine Schuld. Cool, ey, dass du einsuchst, ey. Cool, da kannst du gar nicht glauben. Wie noch so jemand, den ich kenne, der immer so redet, ey. Wer denn? Wollen sie nicht, ey. Achso, ich verstehe. Wir sind gerade schon wieder am Abkacken hier. Ey, cool. Ey, niemand kackt dir ab, Mann. Okay. Hör, jetzt schildern wir deine Base, Mann. Wenn du das sagst, ne? Dann wie ich dir mal glauben. Ich weiß, dass der Touristen jetzt richtig abgeht. Komm. Holländer, wir gucken den Holländer jetzt mal zu. Wobei, ich guck gerne den Tobi zu, das ist lustig. Was? Wann? Tobi und die treffen... Pfff. Ach Gott, ey, dieser Lulli... Jussealdas, was ist los mit dem Jungen? Der 12, 2, Junge, der ist Elite. Ah, geil, Alter. Ja, geiler. Oh, ich hab' Bären, da' da' da... Nice, 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 Bronze. Das war grad echt ein Shit-Shot, Alter ey. Shit-Shit-Shot. Bronze, was war... Habt ihr das gesehen, Alter? Bronze, hast du Unicorn im Kopf gehabt, oder? Ja, hallo, Alter. Das war grad echt on-point, ey. Das war on-point, Bronze. So muss ich sein, predicted on-point, damit er den Heady verteilen kann, Alter. Richtig, das launcht hat, Alter. Mit Arme. Mnauuuuuh. Hä? Büro. Hä? Mnauuuuuh. Oh Gott, sehr gut. Bitte lass uns noch eine Runde konzentrieren. Ja, okay. Ohne Witz. Ohne Witz, sonst bitte ich nicht mehr Rich. Mnau. Der hat echt voll die Muskeln, ne? Die, äh, Walküre. Ja, die kann dann mit ihren Six-Pack Walnüsse knacken, Bronze. Und zwar deine. Oh, Walnüsse, ey. Hast du keine Wahl, ne? Hör mal, Waldi. Was denn? Wollersheim. Mach mal hier eine Wahl. Du, wie geht's eigentlich deinen Eltern? Ach so, ich soll so kapiere. Ja, wenn Dennis es nur noch braucht, bin ich immer weg, ey. Äh. Ey, was hast du denn hier gerade? Was ist? Wollt man schicken, Curry? Ich muss doch experiment. Aua! Puh, schicken wir. Hä? Hast du Schaden genommen, Curry? Ja, Mann. Wie viel denn? Fünf. Fünf schon? Lol. Der hat mir so'n Baseball abgeworfen. Einmal noch den Fünf. Na ja, machst du noch einmal? Alter. Alter. Aua. Leute, wir sind hier voll am Upsafen, ne? Okay, Mann, ich bin jetzt da, komm. Ich werd das jetzt hier machen. So muss das sich auch anhören. Ja, so würd ich das echt hören, Leute. Mädel. Ey. Echt? Vielleicht sagt er immer Mädel, also Mädel. Heirat sonntag oder? Was ist das? Was ist das? Hier, bei mir, hier. Was ist das? Was ist das? Ey, Patrick, wo bist du? Jetzt töten wir das. Ich würd nicht sagen, dass du es warst, ne? Einmal Kars reingemacht. Ey, Alter, ey. Wirklich? Ja, mach da, komm. Hau doch mal auf sein, ey. Könnt noch einer sein? Könnt? Könnt noch einer sein? Wir verzeugen hier. Wir verzeugen hier. Verdammt. Ich los deine Folle in dir. Da war einer, Bronzer, hast du recht? Ja, ja. Der liegt da. Der liegt da unten, oder was? Ja, 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 ja. Hey, Patrick, versuch. Komm, komm, komm. Patrick, komm. Na, komm mal. Ach, scheiß die Wand an, ey. Bronzer, wir werden jetzt wegen dir verlieren, ne? Ja, wieso? Hier, bei mir. Ihr wollt euch doch die Kills holen, ne? Beim Zielraum ist noch Action. Ja, das war mit Taktik und so, ja. Ist keiner bei dem Zielraum grad, oder was? Tobi markiert hier. Ist er noch? Ist er noch? Ja, er ist ja noch. Wo genau ungefähr? Wo ist er noch? Am Ende des Gangs. Nee. Ah, fuck. Hier liegt einer, wo ich gestorben bin. Nach dem Gang, ach man, ey. Tobi, Tobi, da kommt einer. Markiert. Ah, ja. Geil. Kamera kaputt. Danke, Bernd. Das war er. Ne, das war der nicht, Bronzer. Oder? Noch, doch, doch. Da ist er nämlich gekillt. Ich markier, ich markier wieder, Leute. Dumm schon wieder, ey. Links. Draußen, an der Ecke. Blackbeard. Hab rein, ich bin. Ben, er ist drin. Ja, komm, 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 komm. Bronzer, auf die Beine musst du zielen, nicht? Auf, auf den Kopf, auf die Beine. Leg mich hin. Bleibt da einfach, ja. Boah, der liegt, der liegt. Der liegt, der liegt. Bronzi, jetzt geh... Bronzi, geh messern, 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 messern. Oh, nice. Was ist denn los mit dem? Bronzi, Alter. Hat der Bernd doch den MVP verdient. Ich hab den Predator, Alter. In mir. Du hättest den aber messern sollen, hättest noch mehr Punkte gekriegt. Echt jetzt? Ah, stimmt. Hä, Messer bringt mehr, echt? Ja, ja, Messer bringt mehr, doch klar. Guckt euch das an, Leute. Wer ist das? Boah. Das ist wie als, äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Okay, Bronzi, lass aber ein Jo, Alter raushauen, komm. Jo, Alter! Das ist nicht mehr das, was immer war. Boah, Paddy, ey, du hast ja richtig abgeräumt. Ja. Kommt bei mir. Die Runden kommen alle mies bei mir. Radialer. Ich hab'n Rang, Alter. Ich bin aufgestiegen, Mann. Ich Bronzi. 1, Mann. 4, Mann. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Rainbow Six. Schaff' ich den Silberrang. Seh' denn. Ey, was ist das denn?